Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Anna von Bodykiss und heute geht es ein Workout von mir aus dem Urlaub. Ich stehe hier am Strand und wir machen zusammen das Live-Workout. Es ist sechs Minuten lang, es ist ein HIT-Workout. Ihr solltet es einfach so als Workout-Finisher oder so noch in eure Workout einbauen. Es ist so ein richtiger Fat-Burner, ganz Körper. Und ihr könnt hier natürlich auch dreimal die Woche einfach so machen. Wenn ihr wenig Zeit habt, macht einfach mit und wir starten jetzt zusammen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.